meine damen und herren servus und grüßt euch zu einer weiteren folge hier auf der wunderschönen bergisch land ich darf euch begrüßen zu einer weiteren folge hier haben jetzt noch ein bisschen aufs konner bin auch gesetzt kurz ein bisschen ein bisschen kaffee getrunken jetzt müssen wir noch mal schnell die taster nehmen da wenn ich durch durch käme da vielleicht 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 auch nicht so ein bisschen problematisch hier manchmal geht es manchmal geht es nicht wünschen ja ein bisschen zu klein bleiben wir noch länger da ja so geht es wunderbarer stellen wir dann noch mal tats ab beziehungsweise zu klein auf der anrichte passt ja wo es eigentlich hätten der heutigen folge habt das wahrscheinlich am samt nixing und zwar ist hin wo es auch gekommen beziehungsweise zwei sachen die wo ich mir tatsächlich für den hofen noch kauft dazu gehaft habe ich habe es aber noch gesehen wo es ich kann ja schon mal ein bisschen was sagen wir sind auf jeden fall zwei dieselwaren und da vorne steht auch schon der lkw den habe ich gekauft das ist jetzt nur vom transport service mit dem werde ich dann noch kleiner mal rein und das seht ihr schon ich schaue jetzt mal kurz auf ob so alles passt wie es ist und dann gehe ich nachher wenn man das alles auch verloren haben und der wieder weg ist gehe ich dann genauer drauf weil ihr seht ihr es auch mal fängt waren und auch mal ist der eicher waren der eicher ihr wisst ich bin eicher-fan ich liebe eicher und deswegen habe ich den schnäppchen geschossen und ja aber wie gesagt ich zeige euch dann später mehr wenn man das zeigt und dann kann ich auch in diesel ag gehen wir sehen uns dann später gleich wieder so leid da sind wir wieder beziehungsweise da bin ich wieder so ja wir haben jetzt die zwei wunderschöne diesel aglone der transport service beziehungsweise der lkw fahrer ist auch schon wieder weg und ja wie gesagt ich gehe jetzt auf die traktoren ein die wo ich mir gekauft habe kommen wir jetzt erst mal zum feind es sind 515er waren weil ja der andere da war es gerade ein wahnsinnig 8er so wie ich den 8er 5 9er glaube ich 5 9er war es mit längst ps und ja weil man dann einfach denkt wenn ich ob ich das lernen möchte oder was dann muss dann schon ein bisschen etwas größer sehen und ja und nicht allzu weit weg ein bisschen weiter nach norden rauf weil wir sind und wir heute beziehungsweise haben wir heute den wunderschönen diesel auf der einen oder anderen seite gefahren haben wir auf einmal ein bisschen herum da weil ob ich ihn kaufen soll weil er jetzt doch nicht all der höchste war von dem hier aber er ist dann doch waren weil er vom zustand des 16 einfach wunderschön worden ist beziehungsweise aber wunderschön aber wunderschön ist das schleppertreieck ist tatsächlich mit drei gegangen das habe ich aber beziehungsweise mit gekauft aber das hat jetzt auch nicht mehr allzu viel mit dazu gekostet von außen des 16 das schaut eigentlich noch relativ gut aus alles lacktechnisch ist auch noch alles gut fitter um den jahr da kommen wir da mal nein aber das ist jetzt auch nicht das problem rund um leichten oder und mit 60 pro rauf dann ich werde jetzt erstmal lassen weil von bekannte du aus dem umfeld und sein uns sagt heute ist die akka überhaupt jetzt im frühling muss man zum oft relativ die knusse noch und das sind ein breiterer dorf schon gut und die horoschert am korte sind aber bkt was ist 45 65 r 30 und ja da seht ihr normalerweise waren die gut weit drüber gestandert hat aber ab hier die schutzbelech verbreiterungen beziehungsweise irgendwo hier ungefähr ist normalerweise gut neben dem lichter und wie gesagt die komplette seite ist noch dazu käme schlag meines erachtens ganz gut aus läuft auf 50 hinten ja google kopf hat es passt dann schauen wir innen nicht wieder von innen ausschaut machen wir die rauf wenn ich den schaue keine aussche aus vielleicht nur noch mal ein sitzbilder durchsagen und so weiter dass alle trägt was vielleicht in der kant noch draus ist ja dachluke oder schreiben oder hinten wo wir aufmachen können wir kurz aufmachen wenn es auf geht ja geht auf ja die geht auf ich sage bleib ohne auf weil die zylinder sind ohne gut ich schaue mir den aber dann noch genauer auf den macht jetzt erstmal wieder zu und ja so viel ist eigentlich zu dem der drinnen und diesel kann ich schon was dem werde ich wahrscheinlich raus steuern oder beziehungsweise erstmal schauen wo es überhaupt dünn ist fettpresse und so weiter ja lenkrad lasst ihr herklappen das läuft eigentlich so alles wunderbar da wieder raus machen wir mal dünn zu die spiegel muss ich dann auch noch für die klappen da und umleuchten und ja aber an sich wunderschöner diesel und ja das war jetzt eigentlich so viel zu dem und jetzt kommen wir dann zu dem wunschtraum von mir auf jeden fall den habe ich jetzt erstmal da hinten untergestellt weil der kommt jetzt gleich nur in einsatz ich habe ihn mal auch lassen beziehungsweise ich habe mir da hinfahren müssen gelaufen ist einigermaßen ganz gut aber jetzt habt ihr wahrscheinlich schon kurz gesehen wo es an dem ois fight beziehungsweise gemacht werden muss die lächter müssen auf jeden fall weg die rauf sind fützbrot stehen fast ja 60-50 meter drüber die käme auf jeden fall weg ich weiß nicht ob ich es noch durch lasse ich kann es mir auf zeiten stellen vielleicht der ist benutzt und die schutzbelächer stehen ein bisschen zu weit weg für mein geschmack normalerweise ein oder nein hat er noch und ja der ist tatsächlich auch bei den franzosen der in frankreich wo der dient hat schon gut was mitgemacht ist er 31 45 145 ps ja ich habe mir halt jetzt zwei diesel im 150 ps bereich gekauft dass ich halt wenn wir mal silen oder einfach mal schwere bei ihm haben damit wir da gut vorankommen auf jeden fall wirks der rund umleuchten oder o dam und ja bei dem braucht auf jeden fall viel maher nicht nur außen auch vom getriebe und so weiter und auch innen hier innen geht es eigentlich sogar noch relativ du schaust eigentlich noch alle relativ sauber aus sieht es passt eigentlich auch noch soweit scheiben wir gehen auch auf zylinder kann man vielleicht mal rein machen und so weiter aber im großen und ganzen innen den schaut auch noch gut aus aber außen braucht hat echt viel maher bei dem und ja das wäre dann was eine freizeitaufgabe sei ich kriege es aber wieder mal ein bisschen update und was ich frau ob fronthydraulik werde auf jeden fall noch kriegen weil ich möchte zum beispiel für das man mal einsetzen und so weiter wenn jetzt zum beispiel der 15 jetzt gerade da ist oder der 59 ich weiß nicht ob der das mehrwerk überhaupt treibt beziehungsweise haben wir gar keine mehrwerke da und die hätten wir eigentlich front und heck gekauft und ich glaube mit dem ps dem nach was wir uns vor uns kaufen kann man da nicht weit und ja hallo cool kopf die passt ohne anschlüsse muss ich mal schauen ja ich glaube drei hat er drei normalerweise hat er bloß zwei doppelwirkende die drei werden wahrscheinlich normal sein ja anschluss strom und so weiter ist eigentlich alles so und ja er hat einen guten sound gerne sechs zylinder passt von dem her ja das ganze schaue ich mir dann heute noch und ja soviel zu dem thema jetzt kann es eigentlich nicht so viel mehr da so ich muss jetzt mal schauen was wir haben jetzt noch alles machen wir kann eigentlich alles kann die eigentlich schnell machen kann da eigentlich schon den fans sagen kurze probefahrt machen und ja das passt weil ich habe schon alles gemacht das passt daher wie gesagt ist eh da gemeint aber da seht ihr das kennzeichen vorne ist da hinten ist normalerweise auch ja hinten ist auch da angepasst was wir aber noch machen müssen vorher ist erstmal die spiegel nochmal schnell ausklappen weil dann das tut mir nicht vorne da können wir schon aber ich sehe halt da nicht wo ich nachfahre ne und umleuchten die brauchen wir jetzt eh da aufklappen brauchen wir jetzt nicht zum schluss voll ist noch weg dann tun wir mal wieder zu wenn gerade herklappen scheinmal las ich zu weise ein welches bilder frisch ist hat zwar sie im grott da aus aber der wind dürfte seiner starten oder gute teile mal ja läuft auf allen pferden das passt soweit dann machen wir mal die handbremse raus ah da bitte gehen wir los von hier wieder ausschalten so ah habe ich fast vergessen muss von da 3,3 passt soweit bau können wir eigentlich gleich mal los von hier so ach da können wir jetzt weg da so bevor wir heute mal kurz ein bilder so ähm in richtung händler nun da beziehungsweise in richtung bei war oder ja so und jetzt auch mal schauen ob da können wir da oder was äh da ist nicht viel verkehr wie gesagt ich habe mir jetzt die förder habe ich ja schon bei der letzten folge auch gesprochen ähm die haben wir jetzt tatsächlich bin ich jetzt nicht so ganz dazugekommen ich habe es mir zwar auch geschockt aber so richtig merke habe ich es mir jetzt nicht eukina ähm das wird dann in den kommenden nächsten folgen noch gemacht dass ich mir die ausschaut beziehungsweise die auch ich zeige so ich höre jetzt mal alle gänge durch bis zu 50 so ich habe gesagt sechs gang getriebe vier gruppen so ich fahr jetzt aber da vorne auch schon wieder nein weil ich will jetzt tatsächlich anfänglich nicht zu lang auf der straße so ich habe es mir gesagt da gibt es ähm äh ne doch reifer ist es nicht weil ich war sowieso ich mache jetzt ganz dingens ähm ja tanksteuer mototo ich weiß jetzt gar nicht für diesel normalerweise auch ich war jetzt so selten drunter ich bin bloß auch in mein Auto mal kurz vorbeigefahren wo ich wieder spazieren gefahren bin und mir das ganze aufgeschaut habe und ähm ja fangen wir mal wieder zurück Richtung Hof also das sieht man schon der ist schon gut gepflegt worden Laufbühne 1 Lack ist auch noch alles Schere jetzt einfach mal hier rechts lang wenn wir gleich zum Hof zurück sind ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Brems damit er platzieren muss ja ich schaffte auch noch gut ja das passt das geht ja ich muss natürlich mit dem diesel jetzt erst mal iphone wo ist jetzt gar nicht aber jetzt muss ich jetzt natürlich Playroll schalten ah das war gelang so geht auch noch ähm müssen wir schauen wo ich hier längst komme können wir da zurück zum Hof ähm müssen wir schauen wo ich hier längst komme ähm müssen wir schauen wo ich das spazig dass ich nicht gleich bin weil er ist noch relativ schön geputzt beziehungsweise schön geputzt langsam wohnen da ah geht aber noch alles noch alles im grüner Bereich naja da fahren können wir dann rum so ich kann mir gar nicht zuschneifern weil hier ist einfach halbricht so und ja nochmal zum Eichert da werde ich dann Eichert ein bisschen Update geben wenn ich ein bisschen Zeit habe zum rumbasteln ähm das wichtigste ist jetzt tatsächlich dass ich jetzt schaue ob ich das in Eichert stelle und dann das ganze Teil mal auseinander nehme wenn ich das alles angucke und dann kommt er auch dann irgendwann bald wieder in Einsatz hoffen wir es mal dass ich nicht allzu viel fight das Getriebe neues okay ist weil wie wisst in Frankreich sind schwere Beine ähm da hat der Pillar-Dodema tatsächlich schon leid aber ja er ist jetzt bei mir und da wer da gut pflegt so und das nochmal zurück zum Hof mit dem 5-Laner könnten wir da noch gleich noch eine kurze Runde fahren ich habe mal geschaut habe er aufgesprungen den Zeit lang habe ich ihn eingelassen müssen beziehungsweise die Batterie erstmal aufgeladen aber er ist dann da angesprungen und eigentlich habe ich relativ gut noch gelaufen ähm jetzt ist nur die Frage wo ich den noch stelle ich stelle ihn jetzt erstmal wieder da hin wo der Fall abgestanden ist stört er wieder dann haben wir fahren wieder runter können wir ihn halten lassen so passt so ja so so ich bin fremdach wenn du nur gewusst guck mal du dir auf so aus aus wenn gerade hier klappen ja das können wir nicht zulassen schreiben so so starten wir mal 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 ich gehe da auch also da hoch gestanden schon kurz mit zum lauf verbrucht ja ja jetzt geht doch ein bisschen gast oder so was auf Touren kommt ja aber passt ganz gut so so kleinere gruppen neidon zum aufford rückwärts zum aufford rückwärts für fürchtung gut ist vielleicht bremsen falsch groß scheinen aber das geht tatsächlich ne das war jetzt nicht das problem so ich werde jetzt auch mit dem 18 drum fahren weil der ähm ähm beziehungsweise kennzeichnen oder schon aber ein typ oder noch quaren gültigen deswegen fahre ich mich bloß auf kurz auf fahrt weg und nicht auf die hauptstraße rauf kann man zwar machen aber in zeiten von ähm Corona wo es jetzt momentan rum ist ähm hohen auf polizei rum und und ich das die raum aufhalten und dann kann ich gleich noch mal ein busgeld zahlen das will ich tatsächlich nicht aber was ich euch schon mal so habe so viel zu den fördern beziehungsweise wiesen also die da rechts gehört uns die wiesen und äh da links das fährt wo ich gesagt habe da war schon weiß drauf ähm die sind jetzt aber eine Zeit lang im stück gestanden aber das sieht man ja dann alles wie er sich das ganze macht ich habe jetzt tatsächlich da haben wir jetzt ein bisschen ein paar zig na geht schon ähm ich meine tatsächlich jetzt von beziehungsweise gekauft nieder aber der händler oder beziehungsweise der shop holt sich ähm ein aber ich heiße das jetzt nicht mehr so ein bodenprobengerät auf jeden Fall ich habe jetzt gekauft beziehungsweise die gmo hat sich das gekauft das steht jetzt beim ähm beim händler tun und auf jeden Fall da werde ich dann mal schauen dass ich das an ich weiß nicht mit welchem diesel das ziehen kann ob ich es an gt da mache und dann mal auf den acker fahr und dann mal der bodenproben ziehe wie das ganze ausschaut und ja auch wie gesagt das wird dann alles noch in den nächsten Folgen passen ich muss jetzt erstmal hier in alles weg kommen und ja dann passt das wir fahren jetzt nochmal die gleiche ja gleiche Strecke weil da kommen wir bloß auf einen anderen acker rum oh da kommen wir jetzt eh drum das war jetzt ein bisschen problematisch wenn wir das jetzt umfahren also ich kann es schon machen aber ich will es dann doch wieder ja ich stelle euch da auf ah Land- und Forschbetrieb frei ja wir sind Landbetrieb bzw. Landwirtschaftliche Betrieb das heißt wir können dann schon fahren so wie gesagt ich bin jetzt zu schnell fahren weil es da ein bisschen batzig und hölprig und wie gesagt wir schauen wir mal bei dem weil es jetzt der Luftfütter ist auch ähm ja ja das ist auch immer ein bisschen dreckig auf jeden Fall wir schauen dass ich da rein mache und ich kann den Diesel an sich einmal wieder auf vordermann bringen dass wir hier alles gut arbeiten können und sich laufen dann noch rund bremsen, passen, alles können dann gleich noch kurz einen kleinen Zugtest machen jetzt mal ein bisschen auf brems ja ja der zieht schon noch gut ja mit so ein bisschen einer Dusen wie sich der Motor auch hört ja aber das passt der Luft wieder und wenn er ein bisschen warm ist dann läuft er wieder dass wir die ganzen Kölner wieder durchhauen so passt dann wollen wir nochmal wieder zurück dann schauen wir mal genau ja wie gesagt wir möchten natürlich da oben mit Kier aufhunger oder mit zwei Dingern aber ähm normalerweise mit Kier meine von meinem Ding hier und ähm ja aber das ist jetzt die steht momentan noch in die Sterne weil ich muss jetzt erstmal schauen dass wir unsere Förder da alles wieder zusammenbringen und Diesel und so weiter dass das alles wieder läuft ich steh ihn jetzt erstmal wieder durch wo er gestanden ist weil momentan da keinen so guten Blutseck wie man da hat ich hab jetzt aber vor kann ich auch nochmal kurz sagen dann so lassen wir das fahren dann mal runter da passt so dann hab ich auch ausgemacht oder wieder zu ja ähm da laufen wir nochmal was hinterher weil ich hab euch in der letzten vorigen schon gezeigt wo ich euch den Hof gezeigt habe dass dahint ähm den man dahint auch noch drüber bauen kann hat müssen wir halt den ganzen äh ganzen alten äh ganzen alten die Stahlrege die Stahlrege ich weiß nicht ob wir die noch verwenden können ich weiß nicht wo die sind ja wir wollen mal schauen ob wir die noch verwenden können ähm das zeigt wie gesagt das ist auf jeden Fall Müll dir da wo ist jetzt der Blatt Zement ja wir wollen mal schauen ähm wie gesagt auf jeden Fall der Motto zum Beispiel hier wo halt ähm die Großlinie hier ist den wir halt hier jetzt hat mein Handy vibriert ich weiß nicht ob ich das jetzt auch nicht mehr gehört habe wenn ja dann tut es mir leid aber an sich das passt gut ähm ja dass man halt das ganze Zeit da weg rammt und dann hier halt raus baut so eine Überdachung dass man halt da einfach noch ein paar Sachen unterstellen kann und ähm ja das war jetzt eigentlich alles was ich mit euch hinten noch zu besprechen hatte wir haben es halt wieder wir haben ja vier die ähm das heißt ich werde noch ein bisschen ich werde mir den euch jetzt noch ein bisschen anschauen wenn ich Lust habe und dann halt einfach noch mal schauen und was uns fördert und so weiter mal vielleicht mit dem Auto nochmal nein mit dem Auto nochmal nein mit dem Auto nochmal warte ich bin im Stachel drin noch gekommen ich bin aufgerissen nein geht schon ähm wie gesagt dass ich mir halt das nochmal ausschaut dann was uns alles gehört und dass ich halt dann vielleicht mit euch in der nächsten Folgen ähm das ganze ausschau ähm mit dem Farmer sind wir jetzt tatsächlich nicht gefunden mit dem GT alter aber ähm das kann man sich alles noch aufhören ich habe jetzt alle mal durchprobiert aufs Aulafer Batterien auch gehängt sind eigentlich alle auch gelaufen und ja an sich passt das ganze ähm wie gesagt dann darf ich mich fürs Zuschauen bei euch schon wieder bedanken ich gehe jetzt wahrscheinlich nochmal in den Haus und gucke mir das ganze nochmal genauer an und ähm ja bis dahin wünsche euch noch einen schönen Doku machts gut mit 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 mit